Hallo, ich darf Sie wieder begrüßen zu meinem Kanal Psychoanalyse und Philosophie und würde heute in der Reihe der Psychoanalytischen Krankheitslehre gern den Strukturbegriff behandeln, der häufig sehr unscharf benutzt wird und der in seiner Bedeutung häufig leer daherkommt. Was ist eine Struktur im Rahmen eines psychoanalytischen Verständnisses? Wesentlich ist, dass die Struktur als Ordnung eines Regulationssystems zu verstehen ist. Ein Regulationssystem, das zwischen unbewussten, bewussten, innen und außen Verhandlungen trifft, Entscheidungen fällt, Grundbedürfnisse abwehrt, Motivationen auftauchen lässt und Empfindungen wirksam werden lässt. Dieses Regulationssystem ist von bewussten und unbewussten Faktoren bestimmt und konfrontiert sich mit inneren oder äußeren Reizen. Wesentlich hierbei ist auch die Art und Weise, wie sich jemand zu sich selbst und zu anderen in Beziehung setzt. Also es geht um ein System, das die Beziehung zu sich selbst, aber auch die Beziehung zu anderen steuert. Und dieses System wurde in den frühen Beziehungserfahrungen in der Kindheit entwickelt, ausgearbeitet und maßgeblich beeinflusst. Im Zentrum des Strukturmodells der Psychoanalyse steht das Ich mit seinen Ich-Leistungen unter Ich-Funktionen. Dieses Ich hat Freud 1923 in der Schrift das Ich und das Is entwickelt. Und wir würden gerne inhaltlich auf dieses Buch eingehen und ich empfehle Ihnen mein Clip, in dem ich das Buch, das ich und das Is von Sigmund Freud vorgestellt habe, sich anzuschauen. In diesen werden die drei Instanzen vorgestellt. Das Strukturmodell von 1923 löste das sogenannte topografische Modell, das erste Modell des psychischen Apparats von Sigmund Freud ab, das unbewusst, vorbewusst und bewusst unterscheidet. Also wir haben zunächst das sogenannte topografische, also ortsbezogene, örtlich schreibende System, beschreibende System, das unbewusstes, vorbewusstes und bewusstes trennt. Und dann in der Schrift das Ich und das Is wird von Freud 1923 das Strukturmodell oder Instanzmodell vorgestellt. Und in diesem Modell des psychischen Apparates werden die jeweiligen drei Instanzen aufeinander bezogen und es wird von einer Ich-Struktur häufig gesprochen. Hier kommen wir in eine mangelnde Trendschärfe des Begriffs Struktur, weil zunächst wird der Begriff in der Psychoanalyse ja als Regulationssystem, in dem alle drei Instanzen miteinander agieren, verstanden. Im Strukturmodell, das die drei Instanzen Ich, Über-Ich und Is in sich beinhaltet, wird der Begriff des Ichs nochmal in eine Struktur gebettet, die die Ich-Leistungen, die Ich-Funktionen, die Ich-Integrität, die Identität, die Selbststeuerung, die Affekt-Toleranz beinhalten. Wie können wir uns nun das Ich vorstellen? Das Ich ist eine Struktur, die, wie wir schon beschrieben haben, aus frühen Beziehungserfahrungen entstanden ist. Das Ich ist auf der einen Seite Organ der Anpassung nach innen und nach außen, aber auch eine Art beobachtende Instanz, die versucht, Ansprüche des Unbewussten, Triebbedürfnisse, Triebimpulse mit dem Außen, aber auch mit dem sogenannten Über-Ich zu koordinieren. Das Ich beinhaltet gewisse Funktionen, wie zum Beispiel unspezifisch die Affekt-Toleranz, die Frustrationstoleranz oder die sogenannte mangelnde Sublimierungsfähigkeit, aber auch spezifische Manifestationen, wie zum Beispiel die Identität, die Impulskontrolle, aber auch Phänomene wie Wahrnehmung und Denken. Es wäre falsch, das Ich als eine bewusste Instanz zu beschreiben. Das Ich hat bewusste und unbewusste Anteile. So sind zum Beispiel sämtliche Abwehrmechanismen unbewusst. Das Ich ist eine Art Vermittler, das versucht, den psychischen Apparat im Gleichgewicht zu halten und Entwicklung möglich zu machen. Freud hat die verschiedenen Instanzen auch mit unterschiedlichen Prinzipien in Verbindung gebracht und im Ich regiert das Realitätsprinzip und im Is der zweiten Instanz das sogenannte Lustprinzip. Das IS können wir uns als ein dynamisches Reservoir von Erregungsströmen, Innovationen vorstellen, die vor sich hin brodeln und die Triebbefriedigung suchen. Das IS ist unbewusst und ist nicht zugänglich. Als Teil des Unbewussten ist es nicht zugänglich. Und diesen IS und diesem Ich wird ein Über-Ich zugeordnet, das maßgeblich die Gebote oder die Verbote der jeweiligen Erziehung in sich aufgenommen hat und das zwei Anteile in sich birgt. Der eine Anteil ist das sogenannte Ich-Ideal, also die Ideale des Menschen, die jeweils über die Sozialisation in seine Psyche eingeschrieben wurden. Und das sogenannte Über-Ich, hier wird Freud etwas terminologisch unklar, dass die Gebote und Verbote und Bestrafungsängste auch in sich trägt. Und diese drei Instanzen sind nun in einem Konflikt, der sich auch gegenüber der Umwelt darstellt. Es-Ansprüche, Triebbedürfnisse werden dem Ich im Rahmen von Triebabkömmlingen, das sind die Gefühle, zugeführt in einer Passage, die vorbewusst ist. Und das Über-Ich greift ein, um in einer Art Zensur die jeweiligen Triebansprüche unter Kontrolle zu bringen. Also es kommt zu Konflikten zwischen Ich und Über-Ich, aber auch Über-Ich und Es, aber auch Konflikte, die alle Instanzen mit einbeziehen. Das, was wir nun bei Freud kennengelernt haben, entspricht dem klassischen Strukturmodell der Psychoanalyse und geht davon aus, dass das Ich weitgehend funktionsfähig ist. Diese Funktionsfähigkeit des Ichs ist mit den Neurosen verbunden. Bei einer neurotischen Struktur wird davon ausgegangen, dass das Ich ein gewisses Niveau hat, dass das Ich eine gewisse Funktionsfähigkeit ist, die dessen Verhalten bzw. dessen Funktionieren gewährleistet und das nicht schwer beschädigt erscheint. Die Neurose also als Krankheitsentität, in der das Ich stabil erscheint. Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde es im Rahmen der psychoanalytischen Wissenschaft häufig evident, dass es zu Strukturpathologien, das Anlass zur Erkennung von Strukturpathologien, sich zeigten, die das Ich beschädigt beschrieben, also eine Abkehr von Freud, der das Ich ja weitestgehend stabil in seinem Strukturmodell beschrieb, zu einer Strukturpathologie, die das Ich beschädigt oder verletzt, vor allem durch die primären Beziehungserfahrungen setzt. Und die Patienten mit diesen unzureichend entwickelten basalen Fähigkeiten haben nun vor allem Schwierigkeiten in der Beziehung zu ihrem Selbst, aber auch zu den Objekten. Beziehung zu den Objekten ist hier immer gemeint als Beziehungserfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich. Es kommt zu Erlebnisdefiziten, zu Wahrnehmungserzerrungen, zu Fehlbewertungen, aber auch zu Verhaltensstörungen. Also die Strukturpathologie geht davon aus, dass das Ich in seiner Entwicklung, die maßgeblich über die primären Beziehungserfahrungen läuft, einen Schaden erlitten hat und dass wesentliche Funktionen im Ich nicht mehr zur Verfügung stehen, beziehungsweise nur unzureichend zur Verfügung stehen. Und dies zeigt sich im Erleben, aber auch in der Beziehung, die der Therapeut zum Patienten entwickelt, auf. Diese Beschädigungen des Ichs sind nun auch von diagnostischer Bedeutung und die Psychoanalyse bzw. die psychodynamische Therapie hat ein Manual entwickelt, die sogenannte operationalisierte psychodynamische Diagnostik, die auf verschiedenen Achsen nun den Patienten versucht zu beschreiben. Und im Rahmen der Strukturpathologie spricht die OPD von sogenannten basalen strukturellen Fähigkeiten und die würde ich Ihnen kurz nennen. Eine ist die Selbstwahrnehmung und die Objektwahrnehmung. Es geht darum, ob die Fähigkeit entwickelt ist, sich selbst zu reflektieren und andere realistisch und realitätsbezogen ganzheitlich auch wahrnehmen zu können. Also die erste basale strukturelle Fähigkeit, die Selbstwahrnehmung und Objektwahrnehmung. Dazu gesellt sich die Steuerung des Selbst und der Beziehungen. Die Frage stellt sich in diesem Bereich, inwieweit eigene Impulse und Gefühle auch kontrolliert werden können. Wie durch diese Kontrolle auch der Selbstwert reguliert wird und wie der Bezug der Impulse auch in Beziehung zu anderen kontrolliert werden können. Also Kontrollmöglichkeit des Selbst. Der dritte Punkt wäre die emotionale Kommunikation nach innen und außen. Hier wird von der Fähigkeit zur inneren Kommunikation mittels Affekten und Fantasien, aber auch zur Fähigkeit zur inneren Kommunikation mit anderen gesprochen. Es geht darum, inwieweit es möglich ist, über Beziehungen nachzudenken, aber auch Beziehungen sich vorzustellen, Fantasieräume zu schaffen, Tagträume zu entwickeln, in der die Kommunikation auf der emotionalen Ebene nach innen und nach außen gepflegt werden kann. Der vierte Faktor wäre die innere Bindung und die äußere Beziehung. Dies besagt, inwieweit gute innere Objekte vorhanden sind, die die Selbstregulierung steuern können, aber auch zum Beispiel selbst beruhigend wirken können und die Möglichkeit, sich zu binden oder sich zu lösen, inwieweit das Selbst die Fähigkeit hat, Bindungen nach außen zu entwickeln, aber auch Trennungen umzusetzen. Wir haben nun zwei wesentliche Komponenten des Strukturbegriffs in der Psychoanalyse geklärt. Beiden ist der Inhalt der Regulation wesentlich. Beide besagen, dass Strukturen im psychischen Apparat regulieren, steuern und versuchen zu vermitteln. Das erste System, das wir kennenlernten, war das Strukturmodell von Sigmund Freud mit den klassischen Instanzen. Das zweite ist ein mehr modernerer Ansatz, der die Struktur als ein Regulationssystem versteht, das aus Beziehungserfahrungen sich entwickelt hat und das mit Fähigkeiten in Verbindung stehen, das Ich bzw. das Selbst zu kontrollieren und zu steuern. Ich als Begriff des Instanzmodells, selbst als Begriff der späteren Selbstpsychologie.